so herz ist das und eigentlich nennt sich der esel immer zuletzt ne eigentlich ja aber du bist ja ich habe glaube ich die aufnahme gerade richtig schön verkackt war eigentlich mache ich das nie so okay gut machen es hat jetzt mal was spezielles ja weil ich das hier ein kontakt spieler einfach mal ne eigentlich zum zweiten mal genau ich weiß noch bei der zweiten folge wo ich aufgenommen bei denn ja das war sehr schön das schon eine ganze weile her ist das schon ein jahr her wo gehen wir rein dann war da muss noch kurz lang 20 jahre später und ja leute mir gerade um links weil fps anzeige sieht es sehr leid weil ich habe bei anfang schon bevor ich jetzt dieses spiel gestartet habe ich schon aufgenommen weil ich ein bisschen anders okay wir gehen zu antiterror ich bin schon drin okay alles klar passt so aber es war ein johler spiel ich will von mann kontor strike ja also obwohl ich eigentlich das spiel überhaupt nicht mag eigentlich aber na gut warum nicht kann ich ein bisschen das spiel ist voll geil und genau das spiel ist aber die meisten leute es einfach geil finden deswegen werden ich sagen ja aber ich habe glaube ich schon über 100 stunden konters weggespiegst ich sage mir so ihr mögt es einfach ja wie ich jetzt mal verkack einfach gerade ich habe noch zwei pp ich habe einen afk-typen gekillt nice das ist schon eine leistung wieder sind hühner nein ich bin aber selber schon gefordert gibt er mir einen hintergrund gelassen wird und ich habe vielleicht keinen wieder im hintergrund mal sehen mal sehen dieses ganze rendern wird er warum kann ich mir keine dings kaufen keine waffe und leute ja ich weiß dass die fps oben links bisschen übertrieben ist weil ich bin gerade bei 300 fps nur so zentrum für dich beim feld er hat mein letztes schon stimmt ja jetzt weiß ich mehr aber trotzdem so richtig geil ach gesehen manche von euch finden das war eine geldverschwendung gemacht von meinem pc ich muss aber ehrlich sagen ich fand es nicht weil das hat eine gute leistung einfach mal ich kann damit leben und zwar mit zu zocken okay ich wurde gerade getötet auch sorry was ist so ein schön und dann die hinter mir ich hab zwar letzt erzählt dass er eigentlich der liebe wenn feld jetzt nicht so wirklich was jetzt fangen kann das stimmt ja auch sogar weil habe ich ja schon mehr was erzählt ach fack auf aber kann wenigstens konzert spielen das nicht so gar mein kraft auch noch also wenn wir auffällig oder spieler jetzt wenn du jetzt gleich wenn du lust hast und ich versuche kann kann ansetzen ja viel spaß noch ich bin geschütter ich bin geschütter bam oh nein jetzt geht es noch viel weiter ähm vampy bist noch da ja ok ja konzentriert wirklich nein 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 ach dieses scheiß awp ok ja schon ein bisschen wert ich versuche gerade dass die beiden also wenn wir schon sein halt dass sie versuchen wieder mal was mit mir was auszunehmen weil ich weiß echt noch früher wie es war tief war einfach mal und das war echt krass und jetzt durch noch echt schon krass in der zeit ja war schon echt krass hat ein arschloch ja auch wie ihr zeichnet schott kann weil es hat eine ecke da kommt eine vor mir ja leckt mich weiß ich spon und um mir um 50.000 gegner ja jetzt habe ich autos neber ist klar wieso stimmt er nicht äh ich habe ihn erst mal mit autosniper spielen oh oh na komm keine missle ey diese scheiß awp haste hoppla hoppla oh nein und wenn killt er mich in der letzten ecke killt er mich ach komm ja von hinten ach wir haben echt viel zu bereden mit ja ich kann nicht über andere themen reden wenn ich spiele wenn du konterset spielst ja so musst du ja sagen mann alter ey der war meiner alter headshot hi und ich bin grad voll voll bei spiel bei spiel bei spiel bei spiel oh shit oh hier wieder ich bin grad voll in der kill bro das mit ner sniper so wieder erst mal die freunde abschießen ich hab das jedes mal konntest du kids an wirst du käse einfach mal ja was dort denn ich wo sind die wichser heute ich finde so krass wie die alle das quickscope mit der scheiß awp ja er ist doch zum affen Auffenkorn? Auffenkorn? Wieso, der stirbt einfach mal Ich höre irgendwie passende Geräusche Immer diese Geräusche Ohne Spaß Ohne Spaß Ohne Spaß Nein Das gibt's doch nicht Na wer, kennst du noch diesen alten Joke Vor früher Park auf Schreib mal in den Kommentaren Ob du vielleicht noch diesen alten Joke kennst von uns Oh Natürlich steht der nicht, nein Nee, der kommt einfach angerannt Fickt mir das scheiße trotzdem ey, ist da klar Aber nicht richtig gezielt, ach komm nicht von hinten du Sau Oh, ich will beißen Beißen ist echt geil Ja, meint Hehehe Was? Alter, 96 Mir hat gerade geholfen Danke Weißt du, ich wollte gerade messen mit E Ich bin gerade bei MB2 oder bei MB3 Hehehe Fick dich doch Nein, du sollst dich die scheiße Schalldämpfer abmachen Hehehe 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 Ich hab sechs Schaden gemacht Ja, okay, ist klar Die schönen Negev Wo ist der hin? Na, ich hab nicht das Antwort gesagt Hehehe 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 So, wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde wieder Bis gleich Aber in der nächsten Folge